Hallo meine lieben Leute, heute spielen wir mal Santa Claus in Trouble. Hier ist euer Raven da Creep. Ja, immer schön Geschenke einsammeln. Ja, darum geht es nämlich in dem Spiel, Geschenke einzusammeln. Eigentlich sollte dieses kleine Video, dieses kleine Let's Play, Let's Show, auf Plush Chance Kanal hochgehen, aber der, da er sich überhaupt nicht mehr gemeldet hat bei mir, lad ich es auf meinen Kanal hoch für den Adventskalender. Also viel Spaß bei diesem kleinen Let's Show. Die Aufgabe dieses Spiels ist, naja, ihr seht, die Geschenke allein zu sammeln. Muss man aber auch nicht unbedingt alle einsammeln, wenn eine Tastatur klemmt. Gott, ein bisschen. Ah, scheiße, ja. Genau deswegen. Weil meine Tastatur gerade klemmt, bin ich gerade runtergeflogen. Ja, aber machen wir aber weiter. Nicht wundern, wenn ich dann nochmal runterfliege, das liegt an meiner Tastatur. Und glaubt mir, das erste Level ist das easigste. Ist wirklich das einfachste. Äh, was gibt's denn da? Ich hab das auch schon mal gespielt, aber schon vor Jahren erst. Wann hab ich das zum letzten Mal gespielt? 2008 oder so? Oder 2010? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, es gibt da immer so, wie auch bei den meisten Jump'n'Run-Spielen, halt Features, halt mehr Leben, ein Bonusleben und ja, und einmal runterfliegen. Ja, und noch vieles mehr. Halt muss da nicht alles einsammeln, es ist alles freiwillig, aber wer es will, wer das Spiel wirklich so hardcore gesuchtet hat, für den ist es ein Muss. Für mich gerade nicht, weil es kein Let's Play ist, sondern ein Let's Show. Und ich rede mal wieder zu viel, aber das ist normal in Let's Shows und Let's Plays. Joa, dieses Game ist schon ein bisschen, joa. Diese Statuen waren übrigens Checkpoints. Ja, Checkpoints. Och, und ich fliege hier nicht runter, meine Scheiße, dass die Tour bewegt sich grad von allein. Äh, ach so ein Glück. Okay, hüpf, hüpf, fall nicht runter, hüpf, 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 ja, haben wir, Checkpoint. Äh, ja, okay. Ähm, ja, das Ziel ist direkt da hinten. Das haben wir schon fast geschafft. Äh, du fliegst jetzt runter. Ja. Und haben wir es? Haben wir. Miep. Haben wir es? Ja, 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 wir haben es. Komm, 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 komm. Ja, wir haben es. Oh, das war's. 55,80 Geschenken geht doch noch. Boah. Also, ich verabschiede mich hiermals. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin ziemlich enttäuscht über Plöschchan, dass er ein Video nicht hochgeladen hat und sich nicht mal bei mir gemeldet hat. Und, bäh. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Quick-Black-Daumen rauf, abonniert meinen Channel, um nichts zu verpassen. Und das war jetzt zum Adventskalender. Das war das siebte Türchen, was eigentlich Plöschchan machen sollte. Hab ich jetzt übernommen. Äh, gestern war ZFTV dran, schaut bei ihm vorbei. Und morgen ist Jack dran. Also Jack Werwolf. Link ist unten. Dein Kanal-Link und alle anderen Kanal-Link. Schaut vorbei. Was ich noch sagen wollte. Alle Videos sind auf meinem Kanal in einer Playlist, die bisherigen. Das heißt, wenn ihr irgendwas verpasst habt, schaut da einfach vorbei. In der Adventskalender-Playlist. Bis dann im Retri-Fans. Bis dann im Retri-Fans. Bis dann im Retri-Fans. Bis dann im Retri-Fans. Bis dann im Retri-Fans.